Überraschende Nachrichten von Markus Reiterberger Der talentierte Bayer testet mit dem Segen von BMW in Aragon die Mutokb KTM. Bei KTM wird schon seit einem halben Jahr darüber nachgedacht, und eine Gelegenheit gesucht, bei der man den neuen deutschen Superbiegemeister Markus Reiterberger, 23, einmal bei einem Mutokb-Test auf eine 1000-Cubik-Zentimeter-V4-Maschine aus Oberösterreich setzen könnte. Am kommenden Dienstag wird es in Aragon soweit sein. Reiterberger, IDM-Superbiege-Champion 2013, 2015 und 2017, dazu fünfter auf der Altea BMW im ersten Superbiege-Weltmeisterschaftlauf 2016 in Buriram-Thailand, darf sich in fünf Tagen als erster Bayer auf die KTM RC16 schwingen. Und was ist der Sinn und Zweck dieser Übung? Anführungszeichen Reiterberger ist schnell, er hat das auf dem Superbiege oft gezeigt, Anführungszeichen, sagt Red Bull KTM Tiamanaga Miko Leitner. Anführungszeichen noch dazu wohnt er ganz in der Nähe, es ist deshalb auf jeden Fall interessant, so einen Fahrer mal auf die Mutokb-KTM zu setzen. Ich weiß nicht, wie er zurechtkommen wird. Aber wir haben 2016 bei den vier Testfahrern Kalio, Abraham, Lüthi und die E-Punit gesehen, dass zusätzliches und unterschiedliches Feedback nie schaden kann. Auch Hofmann ist zweimal gefahren und hat gemerkt, dass das Motorrad während des Jahres 2016 deutlich verbessert worden ist. Wir wollten bei Reiterberger die Idee im Saison abwarten, wir wissen ja, dass er eng mit BMW verbündet ist, und wollten ihm dort nichts verbauen. Aber jetzt haben wir mit BMW ein Gent-Lehmens-Agreement getroffen, er hat für den Test die Freigabe erhalten. Für Markus wird das eine super Erfahrung sein. Und wir werden sehen, wie er sich mit einer Motokb-Maschine anstellt. Anführungszeichen, Anführungszeichen, aber man darf da nichts rein interpretieren, denn wir haben in der Motokb alle Plätze besetzt, das ist eher langfristig zu sehen. Er darf sich nicht zu viel erwarten. Für einen Testfahrerjob ist Reiterberger zu jung, mit 23 Jahren will man Rennen fahren. Und das können wir ihm nicht bieten, Anführungszeichen, betont Leitner. Anführungszeichen, es ist für einen jungen Fahrer trotzdem ein Kick, wenn sie einmal mit so einem Gerät fahren können, Anführungszeichen, ist Michael Leitner überzeugt. Anführungszeichen, das haben wir im Juli hier auch bei MOTO2-Pilot Miguel Oliveira gesehen. Nach so einem Test sagt sich jeder, Hoppala, ich muss mich noch mehr reinhängen. Denn die Latte in der Motokb liegt sehr hoch im Vergleich zu anderen Klassen und Serien. Aber wir machen das gerne, Denn so ein Querfeedback von einem MOTO2-Neuling kann interessant sein. Das haben wir letztes Jahr auch bei Tom Lüthi gesehen. Anführungszeichen Und dann